Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Türchen in meinem Adventskalender. Heute gibt's für euch 24 Fakten über mich. Fangen wir gleich an. Als erstes, ich bin 1,72 groß und für mein Alter ziemlich klein. Ich bin 16 Jahre alt. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz, blau oder weiß. Ich bin ein totaler Far Cry, außer Far Cry Primal, ein Assassin's Creed außer Unity und ein extremer Horrorspiel-Fan. Ich bin in einigen Sachen sehr ungeduldig, was zum Beispiel auch das Rendern und Schneiden der YouTube-Videos angeht. Ich hoffe, das wirkt sich auf diesem Video nicht aus. Ich hasse Fußball total und bin deswegen auch ein Handball-Fan vom HSV. Ja, mag jetzt der ein oder andere mögen, aber Fußball hat mit Handball nichts zu tun und diese zwei Fronten sollte man deshalb nicht miteinander vergleichen. Mein erstes Suchtspiel war World of Tanks. Meine Lieblingsband ist Wallbeat oder Headhunters. Meine Lieblingsmusik ist Techno, Hardstyle, Rap oder normale Musik. Rap höre ich eher selten zurzeit. Hardstyle höre ich ziemlich oft, Techno, meistens auf irgendwelchen Feiern und normalen, naja, wenn's denn mal im Radio läuft. Ich bin nicht ein Nachtmensch wie viele andere YouTuber, sondern ich bin genau das Gegenteil. Ich bin ein Tagmensch und kann höchstens bis um 3 Uhr nachts aushalten, ohne vor dem PC einzuschlafen. Ich bin ein totaler USA-Fan und hätte richtig gerne eine Wohnung dort und ich hab auch viele Deko-Artikel in meinem Zimmer aus der USA. Vielleicht werde ich eines Tages nochmal eine Roomtour machen. Ich bin ein absoluter Hater von Mangas wie One Piece. Entschuldige, Mangas oder Animes sind für mich ungefähr das gleiche. Ich bin da nicht so der Fachkenntnisse, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin kein Biertrinker und bevorzuge dann doch eher die harten Sachen wie Cola-Whiskey oder Wodka-O oder sonstiges. Mein erster Game Boy bzw. meine erste Konsole war der N64 mit dem Spiel Star Wars und iToys. Vielleicht kennt das noch jemand von euch. Der Nintendo DS war meine erste selbst gekaufte Konsole und damit natürlich auch ein absoluter Klassiker der damaligen Zeit für mich. Ein absoluter Muss für meine Generation. Mein erstes Spiel dafür war Pokémon Mystery Dungeon. Das erste Spiel, was ich mir selbst gekauft habe für die Playstation 3 war Call of Duty Black Ops 2. Ich bin ein totaler Silvester-Fan und meiner Meinung nach könnte es ruhig fünfmal mindestens im Jahr sein. Und dementsprechend kleide ich mich auch zu Silvester immer ein. Ich bin ein totaler Wrestle-Fan und gucke Wrestling aktiv seit über sechs Jahren. Ich bin Handballer, wie auch schon in den einen Stichpunkt gesagt, und spiele das schon seit acht Jahren. Mein Lieblingsgetränk ist Sprite. Als nächstes dann der Eistee, meistens Pfirsich und an letzter Stelle dann der Monster oder Rockstar Energy Drink. Ich bin mit wahrscheinlich der größte The Walking Dead Fan, den es überhaupt nur gibt. Ich habe die ganzen Serien bzw. die ganzen Staffeln, alle sieben, die jetzt draußen sind, mindestens schon fünfmal durchgeguckt. Da ist wahrscheinlich die Hälfte meines Lebensgefühls draufgegangen. Ich habe sau viele Sachen. Ich habe T-Shirts, Pullover, Cappies und so weiter. Ich habe alles Mögliche. Ich liebe einfach The Walking Dead. Und mein größter, also mein Lieblingscharakter oder Charaktere sind Rick Grimes, sagt euch vielleicht was, oder Daryl Dixon. Ich gucke kaum Fernsehen, außer irgendwelche Sportsendungen oder Kriegsfilme, weil ich mich dafür mega interessiere. Ich hasse Lakritz. Und als letztes bin ich schon fast gestorben. Das nicht nur einmal, sondern schon öfters. Aber dazu vielleicht in einem anderen Video mal etwas mehr. Ja, Leute, das war es dann auch wieder mit diesem kleinen Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns natürlich morgen wieder bei einem weiteren Adventskalendertürchen. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Tag und wir sehen uns.